Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Syndicate mit mir im Pertian LP. Wir müssen ja die Tickets klauen, soweit ich mich da recht erinnere. Und das tun wir direkt. Dürfen keine Polizisten töten. Will ich doch gar nicht. Und der ist relativ weit weg. Und wieder raus aus der Erreichbarkeit für ihn. Und schauen wir mal. Läuft da auch irgendwo ein normaler Polizist rum. Das wäre mega geil. Das ist nur einer in der Kutsche. Das ist nur einer in der Kutsche. Und wieder raus aus der Kutsche. Und wieder raus aus der Kutsche. Und wieder raus aus der Kutsche. Da waren wir doch schon mal. Dann mal schnell weg hier. Was? Ich hab das doch geklaut. Nee, oder? Ich dachte, ich hab das Zeug. Okay. 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 Das ist mal nicht so schlecht. Okay. 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 Das mit dem Enter Haken ist auch manchmal so eine Sache, weil alles will er nicht anvisieren. Ja, er ist ein bisschen frustriert. Nehmen wir uns diese Kutsche. Das ist ein Bahnhof. Ja, ja. Wieder runter. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Das wollte ich gerade auch nicht machen. Ähm, ich will einfach hier raus. So. Ja. Und jetzt muss ich auch noch die Kutsche klauen. Ist aber jede Menge Zeug zu machen. Ja. 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 Mann, gleich gleich am Anfang. So, jetzt liefern wir aber einfach die Kutsche ab, dann ist alles in Ordnung. Achso, im Moment bin ich schon vorbeigefahren. Ja, hat es doch relativ gut überstanden. So, und wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen bei diesem ja bisschen kurzen Part. Dafür wird der nächste oder der letzte war auf jeden Fall länger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute.